Das ist alles so unfassbar, was wir heute erleben. Verstehen Sie, das ist alles so unfassbar und keiner will es heute mehr gewesen sein. Das ist alles so unfassbar. Es steht eigentlich alles auf dem Kopf. Es ist alles so unfassbar schrecklich und jetzt geht es ja noch einen Schritt weiter. Also es ist so, wissen Sie, es ist ja heute alles unfassbar schrecklich, was daraus geworden ist. Es ist ja alles unfassbar.